Hallo liebe Kunden der ESA GmbH Germ-Protect. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag VivoTech ein starker Partner von Germ-Protect. Wir die ESA GmbH Germ-Protect als langjährige Professional Expert Partner des Herstellers VivoTech möchten unseren Kunden über die Erneuerung und den Partnerstatus für das Jahr 2023-2024 mit dem Hersteller VivoTech informieren. Der Hersteller VivoTech aus Taiwan gehört mittlerweile seit einigen Jahren zu den weltweiten führenden Anbietern für Videoüberwachung. Insbesondere durch die kontinuierliche Beständigkeit in der Forschung und daraus resultierende innovative Weiterentwicklung sichert sich VivoTech einen nachhaltigen Platz unter den Top 10 der weltweit renommierten Hersteller für Videoüberwachung. Wissenswert dabei ist, dass VivoTech zu den wenigen Herstellern aus dem asiatischen Raum gehört, welche von der amerikanische Behörde als NDAA, also sprich National Defense Authorization Act, konform deklariert wurde. Das nicht ohne Grund. VivoTech verfolgt seit Jahren akribisch eine klare Linie, was die Cyber Security und somit den Datenschutz ihrer Produkte betrifft. Auch was die Qualität, Zuverlässigkeit und damit verbundene Langlebigkeit der Produkte angeht, kann VivoTech mit jedem anderen renommierten Hersteller nicht nur mithalten, sondern manche Hinsichten sogar einiges mehr geben. Durch diese Tatsachen konnte VivoTech in den letzten Jahren zunehmend immer mehr glänzen und sich dadurch von anderen asiatischen Herstellern deutlich absondern. Wir, die ESA GmbH, JetProtect als etablierter deutsche Sicherheitsexperte und Fachherrichter für professionelle Videoüberwachung in Europa, können unsere Kunden die Produkte von VivoTech sehr empfehlen. Dieses Statement basiert auf jahrelange fundierte Erfahrungen mit dem Hersteller VivoTech und beabsichtigt ausschliesslich einen gewissenhaften Empfehlungsrichtwert im Sinne des Kunden. Aus dieser Überzeugung werden wir unsere Ausstellung in den nächsten Tagen mit einer Vielzahl an neuen Überwachungskameras der VivoTech ergänzen und eine der größten VivoTech Ausstellungen in Europa für unsere Kunden aufbereiten. Selbstverständlich können Sie uns besuchen und sich von der hervorragenden Qualität der VivoTech IT-Kameras hautnah überzeugen. Wir haben freundlicherweise von dem Hersteller als Fachpartner eine ganze Reihe von Produkten angefangen, von großen Rekorder und mehrere Hightech-Kameras bis zu einer Hochleistungs-PTZ, die wir demnächst hier in unserer Ausstellung dazu aufhängen werden, auf dieser VivoTech Band, die allerdings auch nochmal umgebaut werden wird. Und dazu natürlich, wenn wir über jede Kamera einen Bericht schreiben, also einen Testbericht und den Kunden zeigen, woran der Mehrwert einer VivoTech Kamera vergleichsweise zu manchen anderen Herstellern, woran der Mehrwert dran liegt. Vielen Dank fürs Zuschauen!